Wir fangen auch direkt an mit der Nummer 1. Heute ist nämlich der erste Tag und es ist so ein unfassbar süßes Wildschwein. So, gucken wir mal. Wasserspiele. Transportiere mindestens 5 Liter Wasser aus dem Eimer in die Kanne, ohne den Eimer zu berühren und nur mit den vorgegebenen Instrumenten. Bitte weise nicht ein, Moderator. Dafür gehen wir jetzt raus und dann zeige ich dir, was wir da machen. Sag mal, ist dir klar, dass wir minus 700 Grad draußen haben? So, wir haben 2 Grad draußen und die Aufgabe, die du jetzt meistern musst, ist folgendes. Das Wasser, was in diesem Eimer da drin ist, da sind 10 Liter Wasser drin. Grandios. Musst du in diesen Becher hier transportieren. 5 Liter, also mach ihn dann sozusagen voll, dann hast du die Challenge geschafft. Und du darfst nur die Sachen benutzen, die dort sind. Und jetzt, viel Spaß beim Frieren. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Also gut, die erste Channel fängt schon mal richtig scheiße an, denn mir ist kalt. Ich kann das hier aber, ich will das nicht hochziehen, weil ich bin Influencer und deswegen muss ich immer aussehen. Aussehen. Hä, ich darf Backpapier benutzen? Plastiktüte? Ach, ihr könnt mich doch mal. Was? Ihr habt Löcher reingemacht. Und ein Handtuch. Ich habe eine Idee. Ich habe eine fantastische Idee. Aber noch eine kleine Anmerkung. Du darfst den Eimer nicht anfassen. Ich darf den nicht anfassen. Oh, komm schon. Pass auf. Wir machen es folgendermaßen. Okay, eine Doppelschicht. Eine Doppelschicht. Ja. Ihr dachtet, ihr könnt mich austricksen. Ihr dachtet. Ja. Pass auf. Nein. Nein, nein, nein. Ach, komm schon. Warum denn 2 Grad draußen? Oh, das Wasser ist warm. Ich glaube, hier bleibe ich. Wer hat reingepisst? Ich darf alles benutzen, ne? Du darfst alles benutzen, ja. Okay. Aber du darfst den Eimer nicht berühren, ne? Was ist das mit deinen Zähnen? Ach, ich darf den gar nicht berühren? Eigentlich nicht. Deswegen ist schon... Äh, du hast ihn schon berührt. Aber egal. Das ist weiter. Scheiße, das heißt, das Ding ist verloren. Ist das dein Ernst? Scheiße. Oh nein, ich war so clever. Und dann war ich so doof. Fantastisch. Also gut, Nummer 1, ja. Nicht doch. Ach, komm schon. Okay. Halt für solche Stierchen. Oh nein. Über 1 Liter. Siehst du? Da sind es nur noch knapp 4 Liter. Also ich weiß nicht, was ihr mit dem Backpapier wollt, okay? Ich könnte das eigentlich alles austrinken und dann könnte ich es reintrinken. Und bedenke, je mehr Wasser du verlierst, umso weniger hast du, um es rüber zu konfirmieren, ne? Das ist richtig. Meinst du, du bist cleverer als ich, ja? Ich zeig dir, wer hier clever ist. Weißt du, ich hab dir vertraut. Ich hab dir vertraut. Und... Oh, du hast nur noch 3 Minuten. Ich hab dir nämlich nicht gesagt, dass da eine Zeit dahinter steckt. Ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße. Ach, komm schon. Miep, miep, miep. Du hast den Eimer berührt. Alarm. 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 Ach, komm schon. Zwei Minuten. Einmal meine Sache online. Komm schon. Ich glaube nicht, dass mein Arzt das hier unterstützt. Mein Wagen. No, 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 no. 30 Sekunden. Komm, halber Liter noch. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Oh, mein Rücken. Erste Challenge. Erfolgreich gemeistert. Ich wusste es doch. Oh, Scheiß. Ich hasse es. Ich bin fast nicht nass geworden. Ich bin tatsächlich stolz auf mich selbst. Aber ich geh jetzt hier weg, weil ich weiß es ganz genau. Wenn ich jetzt hier noch länger stehen bleibe, wirst du mir irgendwas in den Kopf schütten. Ich bin weg. Ich bin pousspack. Ich bin Wuhan. Philippe. Ich binarm. Ich bin기를 granddaughter. Ich binivals in die Zusammen-